hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge green hell the spirit of amazonia dem dlc und jetzt gucken wir mal wie es jetzt hier weitergeht nicht wahr werden wir uns gleich schon mal wieder hier es sind wirklich viele viele karl heinze da zum bekämpfen würde ich sagen ich finde irgendwie im letzten im letzten green hell da hast du irgendwie viel mit tieren zu tun gehabt und hier hast du irgendwie viel mit viel mit bösen ureinwohnern zu tun ist irgendwie lustig braucht jemand obsidian bisher ja jetzt könnte ich kann auch leider nichts tragen jetzt könnte es gebrauchen ich hatte bisher noch keine verwendung habe ich jetzt aber weil bei mir ist etwas kaputt gegangen und dementsprechend bau ich mir jetzt noch die anachs man gönnt sich ja sonst nichts anja auch noch energy falls jemand von euch ja ist halt schon ein paar und das baum okay gut brauchst du gerade müssen was war das so wäre ich ja weiß ich nicht weiß ich gar nicht lass mich sehen noch es geht und fleisch eher das muss ich jetzt auch sagen irgendwie ist es seit wir unterwegs sind denke ich mir die ganze zeit auch so schlecht sieht es gar nicht aus so jetzt habe ich schon zwei parasiten scheiße warte ich habe komm her ja ich bin halt leider noch dreckig warte mal ich es wird ja auch besser also ich habe rote pilze einen habe ich auch vor sich beim laufen darüber laufen ihr müsst dann spring machen wahrscheinlich hast okay ich muss resten doch da da ist ein krokodil ja da wollen wir nicht runter wir wollen hier nur vorbei das sind aber die falschen pilze ein tümpel da sind banan fauchen fauchen von wo kommt das brauchen weiß ich nicht war ja hinter dir und wo kommt das brauchen von wo kommt das fauchen das kann nur neben stein herkommen was neben dem stein ja ihr steht hinter euch ist felsen und das kann nur aus diese richtung kommen okay ist ja egal ist auch nicht mehr weiter ich bin zurückgelaufen es ist ein tiger oder was auch immer unter uns unter uns ein schmetterling aber übrigens es regnet ne das heißt ich werde endlich sauber ja und dann kann ich meine pilze essen also essen wir hier mal ein paar pilze mit waren wir hier schon an dem baum wir haben noch keine karte und das ist unser problem ich versuche gerade aus dem kopf zu arbeiten ich glaube hier waren wir schon genügend rote pilze ne einen brauche ich noch na komm her einen roten ne und dann noch was blaues ah dankeschön brauchst du noch was anderes übrigens hier sind auch rote pilze ne du kannst du in die reserven wieder auffüllen ja gerne wie hier waren wir schon ich glaube hier waren wir schon ja hier waren wir auch schon wir sind wir sind einmal im kreis gelaufen leute lol wir sind einmal durch die höhle und wieder rechts rum und deswegen sind wir wieder hier also sollte man das höhlen laufen schön für die höhlen ja es ging ja es ging ja kein anderer weg soweit ich weiß doch aber wieder das problem ist halt ich muss also überlegen im kopf arbeiten und das problem ist die karte wir können auch keine karte aufrufen mhm es wird jetzt auch dunkel ja lasst mich hier stehen ich bin hier ich bin da ich bin da ich bin da weißt du ist alles grün so grün es grün es ist so schön grün also vom flair her super geil ne es ist fast wie urlaub ich hoffe wir finden bald das Dorf ähm so ich will die ganze diese taste drücken ich glaube ich weiß wo die sind na das ist doch schön kein platz mehr im inventar ok mach doch mal einer die taschenlampe an wir sollten uns mal ein kleines camp aufbauen oh ja oh du hast es jetzt endlich gehört ja jetzt bin ich nah genug dran ich meine wir haben hier genug bäume oh ich habe schon gerade gekämpft und wo wollen wir uns dann aufbauen irgendwo hier in der gegend ok ich fällt hier gerade bäume ok also soll ich gleich hier ein camp aufbauen ja ja all right all right weil wir brauchen einen speicherpunkt so sieht es aus und auch vor allem für speicherpunkt auch einen respawnpunkt den wir automatisch bekommen wenn wir auf dem bett schlafen den wir automatisch bekommen wenn wir auf dem bett schlafen ich habe hier noch zwei stelle in der hand oh ein lagerfeuergestell oh ein großes lagerfeuer ich brauche kleine stöcke ich brauche kleine stöcke di 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 Bett, ich brauche ein Bett, ein angefangenes Bett, ich habe hier noch Pfeilblätter. Ich habe erst mal das Feuer gemocht. Wunderbar, wunderbar. Ein Bett, ein Bett im Kornfeld. Bett ist immer fly. Nein, nein, Dschungel, meine Lieben, Dschungel. Ach so, wir sind im Dschungel. Ich dachte, wir sind im A der Welt, in Timbuktu. Hä, ich finde mein Bett nicht mehr, wo ist denn das? Ich glaube, ich bin schneller. Ich habe kein Platz. Hier geht's. Ich glaube, es ist ja nicht schlecht, wenn man immer wieder solche Zwischenstationen baut. Das ist es auch nicht. Du brauchst sie halt auch einfach, glaube ich. Ja, du musst dich ja ausruhen. Wir wollen ja auch nicht komplett richtig durchrushen. Wir wollen das Spiel ja auch genießen. Ich bin so verplant, dass ich jetzt nur noch die zu kleinen Palmblätter schlage. Ich sehe aber auch keine mehr gerade, weil ich auch zu verplant bin. Ich mache schon mal das Lagerfeuer an, oder? Vielleicht kann ich es ja mit meiner Energie, die ich habe. Ich habe keine Energie. Nee, ich habe keine Energie. Warte. Immer muss man hier die Dinger von dem Arm reißen. Ja, rubbel, rubbel, rubbel weiter. Ja, ja, es wird heiß, heißer, heißer, heißer. Achtung, verbrenne dich nicht. Weiß nicht, ob du das schön findest, wenn es das Brennen anfängt. Nicht möglich. Klapperschlangenfleisch. Was und die Seitenhinter schadet? Brauchen wir doch Paranüsse. Nee. Ja, hätte ich auch noch eine. Noch geht's. Fleisch ist fertig, wenn ihr wollt. Ja, sehr schön. Gleich das nächste Ruf. Neun Minuten. Sechs Minuten. Also mit Fetten kann ich euch komischerweise jetzt gerade Rutschmeißen. Ja, ich auch, interessanterweise. Ja, lustig, ne? In jedem Urwaldgebiet kriegst du irgendwie was anderes. Nee, nee, die Thematik ist halt ganz einfach. Wir waren halt auf einem Fleck und wir sind gerade gestartet. Jetzt haben wir halt die Möglichkeit, dass wir gerade unterwegs sind. Wir finden immer wieder diese Mangrovenbäume, diese dicken. Wenn liegt Fleisch, nimmt es sich mal einer, bitte? Würde ich ja. Ich habe mir noch ein Fleisch... Zu spät. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch ein Fleisch, das ich rausschmeißen kann. Ich auch. Ich sehe das andere Fleisch gar nicht mehr. Ich auch schmeckt? Auch weggepackt. Nein, was ihr jetzt wieder draufgeschmissen habt. Acht Minuten, fünf Minuten. Fünf Minuten Zeit habe ich noch, das eine Fleisch zu braten, sonst geht es kaputt. Zählst du? Ich denke mir die ganze Zeit, was erzählst du uns denn da von einem Countdown? Ich kann leider kein Fleisch drauflegen. Das ist mein Countdown. So, das nehme ich mal und dann schmeiße ich, wo sind meine fünf Minuten hier? Habe ich noch was Schlimmeres? Die fünf Minuten Turine von Magie, tolle Idee. So. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen, naja. Werbeaffin? Ja. Verdorben, werbeverdorben. Ich aber auch. Ich habe noch ein fünf Minuten Fleisch. Jetzt musst du warten, da ist jetzt schon ein bisschen Fleisch drauf. Richtig verdorben, aha. Ich bin immer verdorben. Das habe ich nur von dir gelernt, Anja. Und man hat natürlich am Lagerfeuer geistige Gesundheit wieder mehr. Das ist ja auch noch so ein Pluspunkt. Von Anja, der hat man immer die richtige Sache. Willst du auch mal ein Fleisch nehmen? Ich brauche nichts. Kannst du ruhig nehmen. Ja. Leg mich jetzt mal kurz hin, weil ich habe nämlich schon Insomnie. Oh, dann go. Das ist halt, wenn man so viel Fleisch und Pilze isst, dann ist das irgendwann mal so, dass man einfach, ja genau, und so. Ja, viele Pilze, viele Pilze. Blaue Pilze. Blaue Pilze, rote Pilze, gelbe Pilze. Pilze, Pilze. Und vor allem die, die im Dunkeln leuchten. Oh ja. Ich glaube, wir sind gar nicht im Urwald. Ich glaube, wir sind in Holland. Pilze überall. Oh, ich habe auch Insomnie. Oh nein, jetzt habe ich das Lied im Kopf. Da, 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 da. Hört ihr auf. Aus. Da, 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 da. Das ist nicht gut. Ein Bett im Urwald. Genau. Das ist immer bei, denn es ist regnerisch. Und nass. Es duftet nach Schweiß. Oh, lecker. Ah, da stehst du drauf. Nein. Was, nach Stress? Schweiß. Was hat er gesagt? Hat er gesagt. Ja. Was hat er gesagt? Schweiß. Schweiß. Ja, ja, und du weißt doch, Männer-Schweiß macht Frauen heiß. Und zwar so richtig. Äh, okay. Aha. Nehmt sich mal jemand das Süppchen, dann koche ich hier weiter. Bildungsfernsehen ist das hier. Ich glaube, du kochst gerade dein eigenes Süppchen, kann das sein. Ich habe mal das Süppchen geschnürft. So, Fleisch liegt auch noch rum. Ich bin aber noch beim Männer-Schweiß, alles klar. Okay, geht's? Hängt sich da dein Kopf gerade fest? Tilt, Error. Blu-Screen. Wer hat es geschafft? Wir haben es geschafft. Ich habe einen Blu-Screen. Im Kopf. Wer hat einen Blu-Screen im Kopf? Ich habe jetzt das Felschen. Ich habe das Felschen mal runtergenommen, dann verbrennt das. Oder wolltest du das Essen, Anja? Nein, äh, ich glaube, ich bin komplett voll mit allem. Also, wir sind hier gar nicht im Dschungel. Das ist hier Luxusurlaub. Ja, ja, ne? Also, ich habe ein bisschen Blau und ein bisschen Gelbmangel, aber ansonsten bin ich voll. Ne, ich habe ein bisschen Rot. Aber ansonsten geht's. So, da, schau, hier sind noch Schalen. Mhm. Ne, ja. Schau mal, ich habe hier auch Bananen. Kommt hier. Ich habe hier Bananen und die halten bestimmt nicht mehr ewig. Ich habe auch Bananen. Bananen? Ja, Bananen. Bananen. Ich habe meine eigene Bananen. Brauche ich Bananen? Die liegt doch im Männerschweiß. Im Moment geht's. Aber ich kann sie gerne nehmen. Aber wer von euch hatte denn dann jetzt zu wenig Rot? Ich? Ja, halt. Zu wenig Rot meinte ich gar nicht, sondern zu wenig Gelb. Irgendjemand hat doch gerade gesagt Gelbmangel. Ich habe ein bisschen Gelb fehlt und ein bisschen Rot, aber ich habe selber Bananen. Wäre jetzt Verschwendung nur Bananen zu essen. Ach so. Aber ich will doch alle retten. Ja. Du willst nur, dass wir schwitzen. Du willst alle uns erretten. Anja will nur, dass wir schwitzen. Das gibt es jetzt zu denken. Das darf ich mir jetzt die nächsten Jahre anhören. Oh ja. Ja. So. Mal zur Abwechslung. Ich lege mich nochmal kurz hin. Und hole mir was zu trinken. Und ich gehe auch nochmal aufs Bett, damit ich dann gut ausgeruht bin. Und drei Uhr ist ja sowieso eine schöne Uhrzeit, um dann zu schlafen. Ja. Ja. Aber dann bleibe ich jetzt gerade noch wach, weil dann könnt ihr in Ruhe laufen. Mhm. Quatsch, noch ein bisschen Blödsinn. Jetzt seid ihr schon wieder aufgestanden. Ja, ja. Das geht auch schnell. So. I'm ready. Ich habe zwar nicht gesehen, was da vorne los ist bei den... Kumbaya, mein Lord, aber... Kumbaya, mein Lord. Kumbaya, Kumbaya. Kumbaya. Geht gleich wieder. So, das Feuer lassen wir an, denn wir nach dem Kampf wollen wir bestimmt wieder nochmal hier zurück. Jo, klingt nach einem Plan. Gell? Also nochmal Feuer befeuern. Feuer befeuern. Zack. Die Wasserschalen, die tue ich doch nochmal raus. Die habe ich eingesammelt, warum auch immer. Ich habe schon aufgeräumt. So. Dann kann man nämlich später nochmal draus trinken. So. Ach, Karl-Heinz, was machst du denn? Ja, willkommen zurück in dem neuen, schwitzigen Runde von... Ich habe nicht gemacht. Es regnet, es regnet. Wir waschen uns. Ja, wir waschen uns. Ich dachte, wir sind in der neuen, schwitzigen Runde. So. Go. Blamba. Wohin? Vier Uhr. Ja, angreifen, oder? Attacke! Tot. Da war ja was. Ich habe zwar nur nicht gesehen, was da für eine Action ist. Ne, wir kommen ja eh doch nicht ran. Wir müssen außen rumlaufen. Das Problem ist, wir sind hier an der Ecke. Also, wir müssen jetzt links rum. Du siehst, sie unten laufen. Oh, die sind aber oben auch schon, ne? Ach so, da gehen sie hoch. Die laufen wohl oben nach unten. Das Saga ist unten. Okay. Ach so. Das habe ich vorher nicht gesehen. Links rum oder rechts rum? Links. Das Problem ist halt, wie gesagt, da kann auch ein Jaguar auftauchen. Und deswegen ist Dunkelheit natürlich jetzt schlecht. Kannst du die nicht von hier oben? Ne, von oben ist schlecht. So einen Aim hast du nicht. Ne. Das weiteren Laufen. Ah, ich bin gerade auch schon. Und dann triffst du sie nicht mehr. Es ist noch viel zu dunkel eigentlich. Wir sollten uns nochmal hinlegen. Ja, gehen wir nochmal ins Lagerfeuer kurz. Das Problem ist, dass wir halt oben sind. Und eine Klippe langlaufen. Ein Fehltritt und das war's, ne? Ja, aber wir sind ja in Übung. Du vielleicht, ich nicht. Ne? Ich bin doch tollpatsch, weißt du doch. Ach so. Anja ist leider auch tollpatsch, deswegen kann sie mich nicht auffangen. Das heißt, wenn ich falle und Anja versucht, mich auch zu fallen und sie fällt auch, dann kannst du nicht beide fangen. Und dann war's das. Doch, doch. Dann fange ich dich und lege mich unter dich als Schutzschild, was dafür sorgt, dass wir beide gebrochene Knochen haben. Genau. Geil. Was leider auch nicht zielführend ist, muss man so zu sagen. Und dann muss Karl-Heinz uns alleine beschützen. Meint ihr nicht, dass es denn schon hell genug ist? Ja, ist es auch. Es ist ja jetzt schon sechs Uhr, ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir die Karl-Heinze doch in der nächsten Folge, oder? Dann haben wir uns das jetzt hier prepared und dann machen wir in der nächsten Folge Jürgen und Gustav und wie sie alle heißen. Und irgendwie nicht Gustav erschießen? Da bin ich aber dagegen. Ja, ich eigentlich auch. Und hinten an die Schulter. Was ist das denn nun? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann!